Drück hier mal auf den Knopf. Oh Gott, kommt jetzt wieder das mit dem Video? Genau, jetzt kommt das mit dem Video. Jetzt machen wir wieder Bilder angucken, weil wir machen das ja immer so, dass wir den Anguckteil auf Video mitschneiden und dann findet man unten in der Beschreibung, in den Show Notes, einen Link dahin. Und umgekehrt, wer das jetzt auf Video sieht, soll bitte wissen, dass da noch ein Teil davor ist, der sehr lustig ist übrigens. Und hinterher auch noch mal ein Teil, wo wir eigentlich nur reden und da die Bilder nicht zeigen. Also alle, die Video gucken, Podcast hören und alle, die Podcast hören, Video gucken. Das heißt, ab jetzt ist Fremdsteuerung bei mir, weil du mir deinen Bildschirm präsentierst. Na gut. Ja, hat aber bisher funktioniert. Du musst jetzt einfach auf die Hände sitzen, dann ist das okay. Ich lehne mich einfach zurück. Naja, ich mache jetzt aber hier keinen Monolog. Also das machen wir schon gemeinsam. Nee, es geht diesmal, also ich habe Folgendes gemacht im Rahmen dieser Radiosendung, wo ich einmal die Woche da in USA im Radio bin. Da schauen wir auch immer Bilder. Und da habe ich so eine ganze Reihe an Fotogalerien bei Flickr eingerichtet. Also Flickr, unsere Lieblingsplattform. Und die haben so ein Feature, da kannst du Bilder anderer Menschen reinwerfen in so Galerien. Das ist wie ein Album, nur halt nicht von deinen Bildern, sondern von fremden Bildern. Und da habe ich schon seit jetzt über einem Jahr immer wieder irgendein Thema beackert und da eben so kleine Galerien gebastelt mit Sachen, die ich interessant fand oder die zur Diskussion anregen. Und ich dachte mir so, bei mir dachte ich mir so, das könnte man doch hier auch nochmal wiederverwerten, weil die Galerien stehen, die sind da. Und deshalb würde ich jetzt einfach gerne in dieser und auch in folgenden Sendungen jeweils nochmal auf so einen Aspekt der Fotografie eingehen und eben dabei auch Bilder gucken. Ein Aspekt der Fotografie, also praktisch da anfangen, wo wir, da noch mal anfangen, wo wir schon mal angefangen haben sozusagen. Ja, aber mit Visuals dazu. Wir haben das am Anfang ja tatsächlich alles nur besprochen, aber jetzt. Abstrakt war es. Jetzt ist es plötzlich dank Pandemie und allem Möglichen einfacher auch Video zu machen, weil ich habe es jetzt gelernt. Und dann ist das, glaube ich. Ja, schauen wir doch mal. Ja, schauen wir doch mal. Und zwar möchte ich heute mal über Schatten reden. Schatten, geile Sache. Geile Sache, Angstgegner, ja. Mit dir über Schatten reden. Also Schatten im Sinne von, ja, was macht der Schatten? Oder was ist überhaupt Schatten? Ein Schatten ist eine, wie heißt das hier? Ich glaube, Wikipedia sagt, a dark area or shape produced by a body between rays of light and a surface. Ja. Also wirft ein Schatten, da muss also auf der einen Seite Licht sein und auf der anderen Seite irgendwas, wo der Schatten drauf fällt. Schatten ist schon immer so ein Ding. Und ich habe das Gefühl, als hätte ich das damals in der Schattensendung auch schon gesagt, falls wir überhaupt eine gemacht haben. Ich sehe Schatten nicht. Weißt du, ich habe so, bist dann irgendwie irgendwo in Italien, fotografierst so einen Laubengang mit einem tollen Schattenwurf. Und hinterher merke ich, oh, das ist ja ein geiler Schattenwurf. Aber es gelingt mir bis heute nicht, Schatten zu sehen, bevor ich das Foto mache. Oder Schatten als Fotogelegenheit zu erkennen. Ganz witzig. Und eben nicht nur die Schatten, sondern ich finde ja ganz, ganz konkret, also bei diesem Bild hier zum Beispiel, das hat übrigens Moni gemacht, oft, und das ist mir früher passiert, und da habe ich mich echt hart trainieren müssen, oft habe ich so Schatten einfach weggeschnitten. Also ich habe die Schatten nicht als Teil des Subjekts wahrgenommen. Ja. Und wenn du die natürlich als Teil des Subjekts wahrnimmst oder als Teil des Motivs wahrnimmst, dann kannst du entsprechend komponieren. Und in diesem Fall hast du halt hier einen Mann mit seinem Esel und der wirft einen recht starken Schatten, weil er von hinten beleuchtet wird von der Sonne. Ja. Und das ist Teil der Komposition und hat einen schönen Platz bekommen. Ich hätte dieses Foto ungefähr auch so gemacht, mit der Motivation, ach, der Typ mit dem Esel sieht ja lustig aus. Ich hätte den Schatten nicht gesehen. Das ist ja schrecklich. Und deshalb schauen wir jetzt Bilder an, weil dann lernt man das vielleicht mal. Also hier ist eins mit ein paar Menschen, die irgendwo im Schnee unterwegs sind mit Schiern und so. Auch hier sind die Schatten wichtig. Also der beim Rechten ist ein bisschen angeschnitten, aber die anderen beiden, die sitzen gut. Die haben da so einen Platz. Übrigens auch hübsch, wie die Schatten so alle im unterschiedlichen Winkel laufen. Das macht mich nervös, ja. Das ist ja einer der großen Punkte der Verschwörungstheoretiker gegen die Mondlandung. Weil die Schatten in unterschiedliche Richtungen gehen, müssen da unterschiedliche Lichtquellen gewesen sein. Ja, dann ist das da bei dem Bild genauso. Genau, das ist gefakt. Genau. Warum gehen die in unterschiedliche Richtungen? Linse? Nee, woran liegt das eigentlich? Nee, das ist Perspektive. Der hat eine Weitwinkellinse drauf und dann werden die ganzen Perspektivlinien halt überzogen, überstrahlt quasi, überstärkt. Überstärkt. Ich habe ein neues Wort erfunden. Überstärkte Perspektivlinien, so heißt die Sendung. Sehr schön. Was du natürlich mit Schatten auch machen kannst, ist, du kannst ihn als Mittel zum Zweck verwenden. Also hier finde ich zum Beispiel ein wunderschönes Bild. Da hat jemand drei Gabeln von oben auf ein weißes Blatt Papier Das sind Gabeln? Laufen lassen. Naja, und dann hast du eben diese langen Schatten, die dann ein flaches Licht mit den Zinken macht. Ja. Da hätte ich lange überlegen müssen, was das überhaupt ist, aber ja. Ist doch sagenhaft. Ja. Also in sich wieder irgendwie ganz interessant. Da werden ganz neue Formen geschaffen. Und unten ist das Bild, links unten, wo die Schatten enden da, oder wo die Schatten abgeschnitten sind, endet es aber schön. Weil da quasi die Lichtzipfel noch im Bild sind. Also das hat dann einen schönen, tollen Abschluss. Mag das total gern so zu sehen. Ja, weil die da so unten auslaufen, ins Schwarze sozusagen. Genau. Schatten. Dann haben wir schon mal drüber geredet, was macht denn eigentlich Licht mit den Schatten? Und dann kommt man wieder auf den Punkt, verschiedene große Lichtquellen machen verschieden harte Schatten. Und je größer die Lichtquelle ist, desto softer, desto weicher ist der Schatten. Hier bei einer Blume, da hast du überhaupt kein Schatten eigentlich. Weil wahrscheinlich die Lichtquelle oben eine Wolkendecke ist zum Beispiel. Naja, aber wenn du, ach so, eine Wolkendecke. Klar, wenn die Sonne draußen ist, dann ist die Lichtquelle vergleichsweise klein. Also, ja. Also wenn die Sonne allein am Himmel steht, dann hast du eine punktförmige Lichtquelle. Weil die Sonne ist am ausgestreckten Arm, die ist so groß wie am ausgestreckten Arm, eine Erbsen zwischen deinen Fingern. Und wenn du eine große Lichtquelle hast, lass mal hier nochmal, oder eine größere Lichtquelle hast, hier zum Beispiel so eine Blumengeschichte auf einem Tisch. Stillleben nennt man Stillleben. Stimmt. Und bei diesem Stillleben hast du halt ein Fenster als Lichtquelle. Das ist nicht ganz super groß, aber auch nicht ganz klein. Und jetzt siehst du an dem Schatten halt, ja, das ist ein weicher Schatten mit einer weichen Kante. Im Gegensatz zu einem harten Schatten mit einer harten Kante. Und hier nochmal. Oder der Laubengang halt, ne? Oder hier Babyfoto. Und da ist überhaupt keine Lichtquelle quasi. Das ist alles irgendwie im Schatten, alles ganz weich. Passt ja zum Motiv hier. So ein kleines weiches Baby. Aha. Das, ja. Ja, je nachdem, wo du bist in der Landschaft, hast du natürlich entsprechende Schattenwürfe. Also hier zum Beispiel aus Spitzbergen, da ist das Licht fast immer so. Da hast du irgendwelche komischen Wolken, die ganz weiches, interessantes Licht machen, was trotzdem Lichtflecken hat. Aber es ist trotzdem noch diffus, weil es nie ganz klar ist, sondern auch in den Wolkenlöchern immer noch so relativ viele Eiskristalle unterwegs sind, die das alles noch brechen. Das habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt, so ein Licht. Und dazu halt auch die Zerklüftung der Landschaft, in dem Fall halt dieses Eisbergs oder Schneebergs. Was das auch unterstützt, ne? Genau, was das unterstützt, was das Ganze auch viel, wie soll ich sagen, geheimnisvoller macht, weil du ja auch wirklich erst mal mehrere Schatten und Lichtflecken du dir angucken musst, um überhaupt rauszufinden, wie ist diese Landschaft denn eigentlich gebaut? Richtig. Also der flüchtige Blick macht ja nur, da ist irgendwie, ah nee, da ist recht, nee, warte mal, von wo kommt denn überhaupt Licht? Ja, wo ist denn die Kante und wo nicht? Also Licht hat immer eine Richtung und in diesem Fall ja auch, aber dann muss natürlich der Gegenspieler auch da sein. In diesem Fall die Flächen, auf denen der Schatten landet. Und je nach Winkel, Richtung und Beschaffenheit dieser Flächen, kriegst du halt unterschiedliche Ergebnisse. Und das hier gibt halt diese weichen, interessanten Verläufe. Also Spitzbergen ist abgefahren, was das Licht angeht. Dann hast du im Gegensatz dazu, hast du dann zum Beispiel Atlantikküste, Irland. Hast du Licht, was auch aus Wolken mit Löchern gemacht wird? Also da hast du Wolken mit Löchern und die sind aber so hartkantig oft. Das heißt, du hast dann einfach sowas wie das hier, so Licht, was durch den Baum scheint, nur in groß. Kokolores. Kokolores, genau, das hatten wir schon mal. Huch! Gerade ist mein Glas-Invitation, also mein Freischaltcode gekommen. Ach, das geht doch schnell. Guck mal, ob Holgi noch frei ist. Ach, da gibt es Usernamen. Ich bin Chris Marquardt dort. Ah ja, das ist ja ein Ding. Also du hast da, ja, also unterschiedliche Ecken dieser Welt machen unterschiedliches Licht und damit auch unterschiedliche Schatten. Was ich auch interessant finde, sind dann Schatten, so Pflanzenschatten. Also in diesem Fall brauchst du harte Sonne, das sind so Grashalme, die sich selbst beschatten und dann hast du quasi A, die Grashalme und B, nochmal die Grashalme, aber als Schatten drauf. Finde ich toll. Mache ich total gern. Da muss man aber auch lange suchen, um zu gucken, wo das Licht herkommt. Naja, von rechts, ne? Von rechts hinten quasi. Also das ist eher so ein durchgeleuchtetes Ding, wie das hier zum Beispiel auch. ein Blatt und dann hast du von hinten die Sonne und da werden andere Blätter werfen ihren Schatten drauf und letztendlich bekommst du da halt so eine durchsichtige Sache, die gar nicht durchsichtig ist. Also die Fläche. Da ist quasi das Blatt, vorne ist quasi eine Leinwand, auf die von hinten projiziert wird. Finde ich schön solche Bilder. Was? Ach ja, klar. Ja, ich war gerade verkehrt rum. Ja, ja, alles gut. Das ist eine Rückprojektion, ist das. Ja, genau, Rückprojektion, so heißt das Wort. Genau. Hier ist nochmal eins, also. Genau. Finde ich sagenhaft. Gab es früher Fernseher, ne? Also als vor, wenn man vor 20 Jahren riesige Fernseher in seiner Wohnung stehen hatte, waren das meistens Rückprojektoren. mit wenig Kontrasten. Genau. So ein Schwamm. Hatte ich nie, wollte ich immer und dann war ich doch ganz froh, irgendwie sowas nicht bekommen zu haben. Lass mal schauen, was wir hier noch haben. Ja, hier ist nochmal ein Beispiel für Schatten als Teil der Komposition. Das sind irgendwie zwei Bäumchen, die da aus einer Schneewüste rausgucken. Du hast eine super Leinwand, auf die projiziert wird und dann hast du eine harte Sonne draußen und dann hast du deren Schatten, die einfach Teil der Komposition sind. Wirklich schön. Lustig ist es, wenn Schatten um die Ecke gehen. In diesem Fall sehen wir irgendein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und der ist hinten so rund. Ja, der Stream. Und dann hast du genau sowas in die Art und dann hast du einen Schatten von einem Menschen, der da auf diese Rundung fällt und damit natürlich verzerrt wird. Das ist wie so ein Zerspiegel. Was aber auch interessant ist, ist, dass jetzt dieser Schatten, weil er dunkel ist, plötzlich einen Kontrast bietet zu der Reflexion, die da in dieser polierten Oberfläche stattfindet. Ja, ach, da ist ja noch eine Reflexion. Diese Reflexion in dem Schatten, die siehst du, die ist auch oben da, wo es hell ist, aber da siehst du sie halt nicht, weil der Kontrast nicht da ist. Ich wollte gerade sagen, man sieht die nur wegen des Schattens. Genau, ja, 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 cool. Ach, cool. Also da hat der Schatten so eine Doppelfunktion. Einmal Schatten zu sein und lustig auszusehen, weil der verzerrt natürlich den Kopf da. Ich hätte es vor allen Dingen, hätte ich das nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Also im Kopf oben, also am Hinterkopf, dass da was ist, ist mir aufgefallen. Aber du siehst ja sogar unten noch das Auto, das gegenübersteht. Und ich würde mal behaupten, dass das da oben in dem Hinterkopf die Reflexion vielleicht sogar der eigentliche Kopf ist von der Person, die da geht. Ah, ja. Also ist so ein bisschen so ein Suchbild, so ein Entdeckerbild. Mag ich gerne. Und dann Schatten machen auch viel Abstraktion. Hier ist ein Foto von Stühlen, komischen, wie nennt man solche Stühle? Wie nennt man so? Butterfly-Korbssessel-artige Dinge. Korbssessel aus Plaste, aus buntem Plaste in irgendwelchen Metallrahmen, also so 60er-Jahre-Gefühl. Ja. Und die machen einfach geile Schatten und das ist so eine schöne Sammlung an lustigen Formen und Schatten und Farben. Hm. Ja. Das war es eigentlich schon so. Kurz zum Thema Schatten. Der Holger macht, verlinkt das natürlich. Natürlich. Ich verlinke dir dann mal hier den Link zur Galerie, dann kannst du das reinnehmen. Super. Und jetzt würde ich Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen, wenn wir schon mal dabei sind. Die Vrind-Bilderschau. Übrigens auf ... Warte mal, ich muss jetzt mal erst mal dein Browser-Fenster zumachen, sonst werde ich wahnsinnig. Nee, das lässt du offen. Da kommt doch jetzt die Bilderschau noch drin. Ach so. Ich habe die auch bei mir, die Bilder. Dann kann ich, ich gucke bei mir mit. Kannst du auch machen. Ja, ja. Das ist sonst, sonst das, also das alles, ja. Das ist alles gut. Diesmal habe ich wieder, wie immer, drei Bilder ausgesucht aus den Bildern, die ihr hier reingebaufen habt. Macht das bitte weiter. Ja, sonst setzt was. Sonst setzt was und dann hören wir hier auf. Und das erste Bild ist von Jannis Rösel. Heißt Security Control. Sicherheitskontrolle für alle Abflüge. Flughafen, ein Terminalgebäude vom Flughafen in der Nacht. Terminal C. Beleuchtetes Terminalgebäude und zwei Typen mit Rollkoffern laufen schwarz sozusagen vor dem Gebäude vorbei. Genau, so klassische Silhouetten vor dem Gebäude. Du erkennst nicht, wer es ist und was es ist, aber die haben einen Rollkoffer und gehen da auf einem nassen, das war das Wort, ja. Gehen auf einem nassen Asphalt irgendwie dahin. Das ist ja sowieso immer das Beste. Nasser Asphalt, nasser Boden, immer geil, selbst drin. Was ich interessant finde, ist, du hast jetzt diese, das ist eine interessante Kombi vorne, das ist jetzt nicht so deutlich hier, aber du hast den Schatten von den beiden, also die, die werfen nach vorne den Schatten, weil dahinter das Licht ist, aber du hast auch die Reflexion da vorne. Also du hast so eine Kombi aus Schatten und Reflexion, weil das natürlich vorne spiegelt, weil da, weil es nass ist. Ja. Das finde ich ganz schön und überhaupt finde ich die. Darum sieht das gut aus. Ja. Naja, der klassische Wetdown im Film, ne. Erzähle ich dann an der Stelle immer, dass ich, als wir Hintergittern gemacht haben, so eine Frauenknast-Serie für RTL, hat irgendwann der DOP ein Wetdown im Flur innen. Hast du mal erzählt, ja. Also es war wirklich Innenflur, Innenflur Nacht und in der Anforderung stand Wetdown. Das fand ich irgendwie, hab ich auch gedacht, du bist so bekloppt und dann haben wir ein Wetdown gemacht und das war so ein Fliesenboden, so ein genarbter Fliesenboden. Also nicht genarbt, sondern so genobbte, also weißt du jetzt, wie dieser PVC-Noppenboden, den man kennt, aber sowas halt als Fliese im Grunde. Ja. Und da ein Wetdown drauf, das sah so unfassbar geil aus. Völlig sinnbefreit, aber geil. Völlig sinnbefreit, aber absolut, absolut sexy. Wahnsinn. Ja, was ich lustig finde bei dem Bild ist, dass die zwei Kerze, die da vorne gehen, hinten nochmal neu aufgeführt oder nochmal wieder angeführt werden, nämlich da sind diese zwei Schautafeln, eine an der Wand, eine über dem Terminal und da sind quasi Menschen mit Koffern in dieser, also als Piktogramme und vorne die zwei, die dann so von der Haltung ähnlich wie die zwei anderen da quasi gehen. Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, dass das rechts oben dieses Piktogramm auch noch in die andere Richtung zeigen würde. Ja. Und beide einen Rollkoffer haben. Richtig, ja. Aber dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen kitschig gewesen. Und ob der Janis Rösel das so gewollt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich sage mal ja, wahrscheinlich war es Absicht, weil das ist einfach zu gut. Hat Humor. Absolut. Das ist gut. Übrigens, bei Silhouettenfotos ist es immer relativ wichtig, dass man eine gute Trennung zwischen Hintergrund und Vordergrund hat. In diesem Fall siehst du das vor allem an den Beinen des linken Menschen, weil der Rollkoffer von dem anderen sich da gerade noch so abhebt. Da ist noch so eine, so eine. Das stimmt, sonst hättest du unten so einen Monolith. Hallo, bist du noch da? Ich sagte, sonst hättest du da, oh, da war gerade jetzt bist du wieder da. Alles klar. Sonst, ich sage ja, warte, ich fange nochmal, genau, sonst hättest du da unten einen so einen Monolithen, dann würde halt sein Oberkörper irgendwo rauswachsen. Ja, dann hätte der halt einen Klumpfuß, ne? Genau. Also, das finde ich, das finde ich immer noch wichtig bei Silhouettenbildern, dass man diese Trennung gut macht zwischen Vorder-Hintergrund. Ähm, ja, zweites Bild ist, äh, von, oh Gott, jetzt habe ich, habe ich vergessen, äh, aufzuschreiben, wer sie ist. Steht da nicht. Oh, äh. Ist egal. Ist auf jeden Fall ein tolles, tolles, schönes Bild, was, äh, was ganz mit dem, ja, mit dem aufgeräumten Leeren spielt. ne? Wir haben hier eine, äh, äh, ein, äh, ein Meer und einen Himmel und dann haben wir ein kleines Segelboot, was da einsam und alleine, das einzige, das letzte Segelboot auf dieser Welt quasi, äh, segelt da so dahin und, äh, der Himmel reißt auf und wir haben so ein Halleluja-Licht, ne? So God-Grace. Aber nicht auf dem Segelboot, sondern hinter dem Segelboot auf dem Meer. Richtig. ähm, aber immer noch gerade so an der Kante, dass das dem Segelboot noch ein bisschen Helligkeit hinterm Segel gibt, dass es auch noch, auch wieder Silhouette übrigens, ähm, und, äh, Das Bild ist übrigens von Christian und heißt Auf dem Genfer See. Ah, sehr schön. Ähm, ja, und ich finde es irgendwie, also, es hat ganz viel, man nennt das negativen Raum, also den Bereich des Bildes, der nicht irgendwie, äh, äh, dem, das Motiv ist. Ich wusste die ganze Zeit, feixen, weil, das ist so, immer wenn ich irgendwo am Meer oder sonst was bin, mache ich genau dieses Foto und erzeuge negativen Raum, also ich bin der Meister des negativen, du siehst bei mir auf den Fotos die Segelboote nie. Das ist wirklich immer so, oh, das sieht geil aus, da hinten geht die Sonne unter und das Boot fährt gerade von der Sonne vorbei. Klick, nichts zu erkennen. Und woran liegt das? Ich hab nicht die Leistung, wahrscheinlich bin ich viel zu weit winklig dafür. Ach so, ja, wahrscheinlich. Aber es ist sehr schön, ich kann da immer sehr schön drüber feixen. Ja, da hab ich kürzlich übrigens auch, da hab ich mich kürzlich ein bisschen geärgert, keine, keine andere Kamera als das iPhone dabei gehabt zu haben, weil, wir hatten ja ein bisschen Spaziergang gemacht, so über die Felder hier bei uns und dann kamen wir an einem Feld vorbei, frisch abgeerntet und da standen, am Schluss haben wir gezählt, 16 Storchen drauf, Störche, 16 Stück und die waren aber trotzdem weit genug weg, dass das iPhone sie mit Digitalzoom so als Störche gerade noch so erkennbar abgebildet hat. Störche im negativen Raum oder andersrum, negativer Raum mit Storch. Mit Storchenfamilie. Ja, aber das hier, also das hier macht das gut, ne, da hast du, also, das ist auch das, ich vermute mal, wahrscheinlich, wenn das Genfersee ist, dann hast du links und rechts von dem Bild, wahrscheinlich genau außerhalb der Bildkante schon wieder andere Boote und, und das ist so eine, oder er hat welche rausgeklont, das kann natürlich auch sein, aber das ist hier so ein, ja, so, weiß nicht, also, sehr viel, sehr viel Ruhe halt. Ruhe, genau, Zahnarztwartezimmer, sag ich da immer. Ja, aber die Zahnarztwartezimmer, die sind irgendwie kitsch, ja. Ne, ja, das war jetzt auch nicht böse gemeint, sondern eher, das ist so beruhigend, das würde ich da aufhängen, weil die Leute dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen relaxter sind. Ja. Ja, und, und last but not least, oh, das ist Schatten. Das ist, das ist Schatten pur, das ist, das ist sogenanntes Low-Key, was sehen wir? Wir sehen, also erstmal Manuel Generich hat das gemacht, nennt es Curves, es ist eine Canon T90, Spiegelreflexkamera, im Dunkeln von vorne fotografiert, von vorne fotografiert, aber das Licht kommt ganz spärlich von hinten und beleuchtet wirklich nur ein paar Details, oben den, den Spiegel, den, das, den Prismenkasten oben, ein bisschen was an der Seite und dann vorne am Objektiv, da ist auch scharf gestellt, nochmal so den Rand, wo diese Gumminoppen zum, zum Fokussieren sind. Ein Griffzähnchen, ja. Ein Griffzähnchen, das ist ein schönes Wort. Wie macht man das? Also wie, also wie, wie macht man so ein Foto, wenn das Licht von hinten kommt, also, also, wie belichtet man das sinnvoll? Ähm, 250stel, ISO 800. Also es ist so belichtet, dass die, die Griffzähnchen, wie du sie nennst, ähm, ordentlich belichtet sind. Ja. Das heißt, im, theoretisch kannst du eigentlich, äh, auf die Griffzähnchen belichten. Wenn, wenn du das mit Automatik machst, dann, dann fällst du auf die Schnauze. Das ist eine totale Matsche, genau, ja. Dann wird, dann, dann, dann sieht die Kamera sehr viel dunkel und dann zieht sie es hoch. Das ist manuelle Belichtung. Wahrscheinlich mit einem Spot, äh, Fokus, ähm, Spotmeter auf die Griffzähnchen oder so. Und mit Sicherheit dann auch am Hinterher nochmal ein bisschen nachbearbeitet und den dunklen Teil dann nochmal ein bisschen weiter runtergezogen, dass der richtig absäuft und das ist, das ist Lowkey, wo, wo, wo quasi Formen von etwas durch Lichtkanten, äh, betont oder gezeigt werden, aber auch nicht viel mehr. Und das ist ein super Beispiel dafür. Sehr, sehr reduziert. Mag ich total gern. Ja. Macht man sowas, macht man sowas in, 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 in einem Studio oder in einem, was weiß ich, wie gearteten Kasten, der alles von der Seite abschirmt an Licht? Muss er nicht. Muss er nicht. Also es hilft, das im Dunkeln zu machen, aber das ist hinterher nicht so, ähm, im dunklen Zimmer gemacht, wie es aussieht. Da reicht ein relativ dunkler Hintergrund und eine punktförmige Lichtquelle, dann ziehst du den Vorhang vor, das, äh, das Fenster da nicht noch irgendwie, Licht rein, äh, verschmutzt sozusagen und dann, äh, ist es, und dann machst du es über die Belichtung. Bisschen üben, bisschen spielen. Das ist aber so eine Spielwiese, manuelle Belicht, äh, Belichtigung, Belichtung. Belichtigung. Manuelle Belichtigung ist natürlich auch ein sehr schöner Sendungstitel. Naja, das, das ist Running, Running Gag bei Happy Shooting und ich, ich aus, ich sag den aus Versehen mittlerweile. Ja, das, ja, L statt N, nee, N statt L. Wir hatten mal so ein, äh, kennst du Pension Schöllers, Nee. Das ist so ein Schwank in drei Akten, ähm, wird gerne in Boulevardtheatern gespielt, gibt's auch als Filme, also ist mehrfach verfilmt worden und unser Lieblingsfilm damals, Anfang der 90er, weil das als ich Zivildienst gemacht hab, war die Version mit Boy Gobert und hat Boy Gobert den Sohn gespielt, der unbedingt Schauspieler werden wollte, aber der kein N, äh, kein L aussprechen konnte und darum immer N gesagt hat. Er wollte also Schauspieler werden und, und, und dann haben sie es natürlich komplett übertrieben und ihn nur Sachen mit L reden lassen, wenn er seinen Sprachfehner nicht in den Griff bekommt, dann werde, werde ich mir Kiesensteine in den Mund stecken, um zu üben, wenn, wenn das nicht hilft, nehme ich Ziegensteine oder Pfnastersteine, und wenn du, das fanden wir so lustig, dass wir ein, zwei Tage nur so geredet haben, dann hat das nicht mehr aufgehört. Und dann kriegst du es nicht mehr los. Dann kriegst du es halt nicht mehr los, genau. Und dann hast du, und dann hast du plötzlich im Radio die Nachrichten zu lesen. Ja, viel Spaß. Nee, damals hab ich noch nicht im Radio, äh, Nachrichten genesen. Scheiße. Da ist es wieder. Ein Heidenspaß. Das macht da wirklich ein Heidenspaß. Gut, das war die, äh, Windbilderschau und, die Binderschau. Die Binderschau. Danke. Ähm, ich hab noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Ähm, das eine ist, äh, wir haben ja vorhin über Instagram geredet, und Instagram ist, äh, wird immer gruseliger, wenn's darum geht, Bilder auf dem Web zu öffnen. Ja? Mit, äh, mit, mit, mit Cookie, mit Cookie, ja, mit dem Browser. Mit Cookie und mit was weiß ich, und dann hast du nur so kleine Auflösungen. Die wollen, die tun alles, die tun alles dran, dass, äh, du, dass du die App benutzt, weil da können sie dich trecken, und das, also sie werden die, das ist, mit dem, mit dem Web, äh, anschauen ist wirklich nur so eine Notlösung, ähm, und deshalb, äh, nehme ich jetzt auch Instagram Bilder für die Bilderschau nicht mehr mit rein, weil es nervt einfach nur, und man kann's nicht schön zeigen, und so weiter. Ähm, und das Zweite ist, wenn ihr Bilder reinwerft, dann versucht möglicherweise doch diese Bilder so, äh, abzulegen online, dass die auch nach, ich sag mal, zwei Monaten noch dastehen. Ja. Ich hab nämlich jetzt mehrere gehabt, wo ich reingeguckt habe, und dann kam irgendwie so Album Empty oder so, weil jemand aufgeräumt hat, und es kann tatsächlich sein, dass Bilder halt auch erstmal nach, ne, nach, nach einem halben, einem Vierteljahr oder so, ähm, in diese Bilderschau reinkommen, und wenn die dann weg sind, weil der Link nicht mehr tut, dann ist das schade. Hm. Aber trotzdem, es ist also, die meisten sind da, wo sie sind, und das ist auch schön so. Also ich empfehle immer noch Flickr als Plattform. Flickr ist super. Also, das kostet zwar auch ein Heidengeld. Ja, du musst dir nicht die Pro nehmen. Du musst dir nicht die Pro-Versor nehmen. Aber weil ich, ich will ja auch keine Werbung sehen. Ja, ich auch nicht. Also ich denke mir so, solange ich, ich kann es mir gerade leisten, ich kann mir gerade den Luxus leisten, keine Werbung anzugucken, und darum zahle ich da gerne diese 60 Euro im Jahr. Ja. Wobei das für meine, für meinen Bedarf natürlich vollkommen, vollkommen übertrieben ist. Von daher ist vielleicht sowas wie Glas, ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, ist sowas wie Glas vielleicht eine gute Alternative, weil du zahlst keine 60, sondern nur 30 Euro, um keine Werbung zu haben. Und vielleicht reicht es ja, um deine Bilder herzuzeigen. Möglich. Die Frage ist halt, also bei Flickr ist das Schöne, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Flickr jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren oder fünf Jahren verschwindet. Bei sowas wie Glas weiß man es nicht. Ja, das ist neu und das, ich sage mal, ich gebe dir eine 50-50 Chance, dass die in drei Jahren noch da sind. Ich, wie gesagt, also ich kann ja mal hier ganz kurz eins aufmachen für das Video hier. Warte mal, das machen wir so und dann machen wir das. So und dann machen wir das so. Das siehst du jetzt nicht, weil du Nee, ich höre das nur. Weil du, weil du das schon wieder zugemacht hast. Aber hier ist so ein Beispiel davon, wie das aussieht. Das ist ja auch wirklich simpel. Das Bild wird gezeigt, du hast ein bisschen Exif-Daten dazu, also sprich, welche Kamera, welches, welche ISO und wann es geschossen wurde. Ich klicke das nochmal an hier. Kannst du machen, und dann bekommst du halt und das Bild. Das ist sehr simpel gemacht und dann natürlich rechts unten ein Join-Button, weil die wollen natürlich darüber auch Leute reinbekommen. Klar. Hier ist nochmal eins. Moment. Und ich kann die auch einfach rausverlinken. Das ist jetzt genauso rausverlinkt. Das ist jetzt rausverlinkt, ganz einfach. Ja. Ja, also das ist simpel, einfach und und jod. So, und damit beenden wir den Anschau-Teil. Jetzt könnt ihr nur noch zuhören. Und genau, und machen jetzt auf der Audioschiene weiter mit den Fragen. Und die erste kommt von Marty, der schreibt, ich fotografiere...